Herzlich Willkommen zurück zu Fun und Folgen mit mir Koji. Wie ihr seht, ist nur noch das Pausenmenü. Wir finden es nur noch im vierten Akt, im ersten Teil. Dazu das zweite Video und genau hier auf der Polka geht es weiter. Genau, alle stehen still, Zeitriss, können wir ein bisschen rumgucken, ob das Zeug dann sammeln wie das zum Beispiel. Sogar noch schlimmer als mein Passbild. Genau, sind sehr gefährlich, deswegen schüren die ein bisschen Aufmerksamkeit und Angst. Oh, schön, die bieten Kaffee an. Wie nett. Irgendwann scheint ihr noch zu sein. Ah, da vorne ist nur eins, unten noch den nächsten Abkommenpunkt. Sehr cool, Mann. Super, das landet direkt auf Facebook. Jetzt kann ich die Kamera-App. Aber auch im Windows-Fone. Sehr beliebt. Keine Spur von Ihnen, Sir. Ehrlich gesagt, glaub ich nicht, dass wir aussehen. Das wäre erledigt. Ich weiß nicht, ob es jetzt weitergeht, wenn ich hinterher eine Stunde rumstehen würde. Schwarzes Bretter. Na, fünf vor fünf haben alle Handlungsobjekte gefunden. Schocken noch ein bisschen YouTube, aber es geht gar nicht. Doch, geht doch. Gelegt noch eine Wohnung. Da haben wir auch ein bisschen Munition, Waffen. Wer weiß, was wir brauchen. Ihn zum Beispiel. Ist das nur einer? Hier, nur einer. Hier sehen wir uns die Schrotflinter. Und ich glaube, er hat gleich sterben. Oh, ja. Bin gestorben. Verzeihung. Schade. Gut. Aber so was. Versuchen wir es noch einmal. Warum ging meine Hilfe? Dings? Ne, meine Kräfte nicht. Habe ich gar nicht aufgepasst? Ob die für kurz Zeit verloren gingen. Auf ein nächstes Mal. Neues. Nächstes Mal. Auf ein neues. Okay, gehen wir durch. Wir haben uns aufgefasst, dass wir gleich nicht mehr ganz allein sein werden. Da haben wir die Großen. Da schmeißt gerne wir Taxis. Zurück können wir nicht mehr. Und Kräfte nicht mehr. Und Kräfte nicht mehr. Alles da. Und Kräfte nicht mehr. Alles da. Wir sind so klein. Ich brauche viel zu lange für jeden Jahr. Oh mein Gott. Okay. Das war wieder nicht ganz so optimal gelaufen. Wir würden schon eins, eventuell zwei ausgeschalten haben. Ist es denn noch ausbaufähig? 10 Marker brauchen wir nicht. Ich glaube gerade nach vorne. Die Gegner. Ich hatte mal ein kleines Video. Und wir haben es schon zweimal gesehen. Hoffentlich ist das jetzt das letzte Mal. Aber ich kann versuche es zu überspringen. Ja, geht. Machen wir das. Da geht es ein bisschen schneller. Obwohl der Ladebildschirm auch nicht kürzer ist als die Videosequenz. Aber gut. Wir haben es jetzt übersprungen und haben festgestellt, dass es nicht immer der schnellste Weg ist. So. Da sind wir wieder. Ja. Wir kommen zurück. Wir nehmen die Schrotflinte mit. Haben fünf Schuss. Was es nicht allzu viel ist. Hä? Ich bin noch vier. Oh mein Gott. Ich werde gleich wieder sterben. Hoffentlich nicht. Und doch. Oh! Oh! Oh, ne, Schau! Oh. Ohne Water. Wir können aber kurz gucken was wir noch für Kräfte haben. Wir haben jetzt ein paar Quellpunkte gefunden, um da unsere Kräfte zu verstärken. einfach da ein bisschen was raus zu holen okay das zwischen sequenz auch nicht so wir haben wir wir haben acht punkte haben wir den zeitblick den brauchen wir jetzt absolut nicht zeitstopper das ist das ganze was ich mit rb mache und m3 benutzen das ist ja nicht schlecht da haben wir wir haben vier wir haben acht entweder das zeitexplosion kostet 6 klar wenn das war das und das kostet auch sechs schnell rennen gut ich kann mich nicht entscheiden grundsätzlich noch zwei punkte ich tendiere zum zeit schild um da die zeit länger zu verlangen sagen ja kauf das einfach mal das andere gerade nicht so viel gebracht hat nehme das so hoffen wir dass das schild besser weiterhilft dass wir da ein bisschen mehr machen da gerade schon extrem lange war die sequenz ein sehr schön inszeniert auch so taxi kann fliegen wir können ausweichen und schubs die wupps sind viele viele gegner mehr da okay wir haben jetzt die waffe und sehen nicht einderten nein ich habe schon jetzt gescheitert oh mein gott was war jetzt falsch gut versuchen wir es noch einmal genauso wie es gerade eben versucht haben hoffen dass wir dabei ein bisschen mehr erfolg haben die stelle hier so das bringt uns überhaupt jetzt gar nichts weiter habe mich verdrückt bringt uns rennen weiter allein die kann mir auch die können ausweichen wir können wir gucken ob es rennen weiter bringt aber ich glaube eigentlich nicht okay die verstaunlich gut oh mein gott schnell 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 okay das hat uns jetzt echt weiter geholfen finde ich nicht schlecht schrott finde ich nehme sie mal mit und ok wenn ich holf hinter oh schicken taxik oh mein gott da habe ich raus etwas länger verzeihung das war für mich von weit was ein bisschen ich habe an kanal herausgeholt das ist okay ja noch den ein und das oder lebt noch ok er hat ganz gut geschafft und das hätte ich nicht gedacht aber gut sei es drum die brücke ist hochgelassen da ist ein riesengroßes schiff so ich jetzt verfüge ich ihnen da jetzt wieder runter geht es hier rein genau hier ist noch und wir haben alle gefunden runter und dann rennen wir schnell drüber und hoffen dass die zeit noch lange still steht wieder Vielen Dank. Oh mein Gott, geschafft. Bist du da durch? Wahrscheinlich. Da durch. Das war es natürlich nicht. Der vollständige halber noch. Brücke 0, Schiff 1. Genau. Schiff geht in Führung. Gut. Wie. Kommt zurück. Was ist jetzt zum Vorteil des Nagelauer Auto weg? Oder erb. Ah, cool. Müssen wir ja lang. Ich bin mir total nicht sicher. Da kann man nicht lang. Da kann man nicht lang. Da kann man nicht lang. Ich glaube, wir hätten doch da unten drin springen. Ohne da. Das kann natürlich auch sein. Nein, das war es auch nicht. So, wo sind wir? Wir sind, da ist das Auto, da ist das Schiff. Da sind wir und wir sind hier. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wo wir langen müssen. Ja, wir auch. Nein. Nein, das war vielleicht doch den etwas bester Weg da lang. Oh mein Gott, ich werde getroffen. Nein. Irgendwie dahinter. Aber hier kommen wir eigentlich gar nicht lang. Und das hier ganz gut ist und viel Platz bietet, will es doch nicht weiter gehen. Oh mein Gott. Einfach mal Geld drücken. Hätte ja mal ein bisschen länger halten können. War fast durch. Aber nur fast. So, da wirst du wissen, wo es lang geht. Nämlich genau hier an dieser Stelle. So. Machen wir so Zeit schon mit der Hoffnung, dass er hilft. Und haben wir irgendwo. Schick. 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 oh mein gott was ist heute los mit mir andauernd sterbe ich andauernd so ja es ist das geschafft so ausgleich geschafft so Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das war es nur mit dem Video zum vierten Akt, ersten Teil. Ja, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Coachie. Bye.